Hi YouTube, was geht ab? Heute mal was anderes und zwar werde ich in RP reingehen und reintrollen. Mal was ganz Neues. Ich bin hier in RP, ich werde reingehen und mit Adminrechten Leute trollen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe es noch nie gemacht und das Ding ist, ich bin zwar schon drin, aber ich habe noch keine Adminrechte. Ich muss noch fragen. Ich weiß gar nicht, ob ich die bekomme. Wie kann ich nochmal jemanden auf Flasche sitzen lassen oder Jumpscare geben? Oh, der ist gestorben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ficker. Ach du Scheiße. Hilfe. Das ist heftig. Seine Perücke hat es auch nicht mitgemacht. 7-1 sagst du? Ja, 7-1. Oh mein Gott. Habe ich gemacht. Hallo. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben eine Spielerin weniger auf dem Server. Das ist nicht schlimm, Bruder. Er war ein E-Gambus-Spieler. Ich porte jetzt jemanden zu dir. Jemand zu mir porten? Ja, ja, guck mal. Alter. Bruder, ich will trauen, er hat mich getrollt. Moin, moin. Guten Tag. Was geht ab, ihr Arschwixer? Wie Arschwixer? Du bist ein Arschwixer. Sie sind doch Kopf, oder? Ja, bin ich. Also das heißt, ich wichse auf Ärsche? Ein Arschwixer, ja genau. Wirst du für mich twerken, Homie? Homie, bisschen. Bisschen strippen twerken. So die Scheiße. Alter, du willst doch keinen alten Arsch sehen. Doch. Komm, dreh dich mal. Hey, dafür habe ich hier meinen Jungen Stripper. Oh, so schnell geht das also. What? Givin sie das, machen sie das. Schissene. Oh, let's go, Homie. Woher habe ich diese komischen Sandalen? Was machst denn du hier? Was machst du hier? Ray? Ey, warte. Mal funktion. Homie, was machst du hier? Ey, ey, was machst du? Ey, ey, warte, warte mal kurz. Oh, alter, ey. Hey, ey. Shake that ass, shake that ass. Nein, nein, warte, warte, geh nicht. Nein, 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 nein. Warte, warte, nein, 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 nein. Shake that ass, shake this. Na, ey, ist los. Wirst du mir, ähm, ein Leftdance geben? Nein. Weil du mit Lotte geheiratet hast. Was? Wärst du nicht abgehauen, hättest du mich mit Lotte geheiratet, dann wärst du offiziell mein Mann, dann wärst du was anderes. Du bist abgehauen, Mann. Ich bin nicht abgehauen. Scheiße! Nein, 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 nein. Bleib. Ey, ey, ey. Hör mir mal zu. Hörst du mir zu? Hey, 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 was passiert hier? Was passiert hier? Ach so, deswegen sollten wir. Deswegen sollten wir um die Ecke gehen. Ich darf nicht ausfassen. Was passiert hier? Deswegen sollten wir um die Ecke gehen, oder was? Sie sind am Skitten. Hör auf, Eiko sagt das nicht. Nein, nein, Eiko ist allein so. Eiko ist allein. Was machst du? Ich kann nicht ausfassen. Alia, du hast dich echt verändert. Ich stelle auch nichts dagegen. Ey, Kevin, ich würde mich strippen lassen. Gefällt dir das? Oh mein Gott, Carmi, das ist ein Hintern. Ja, normal. Das ist geil. Oh mein Gott. Scheiße. Ja, bitte. Oh mein Gott. 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 Hey, hey, hey. Chill, chill. Bleib stehen, Ami. Chill, chill, chill. Wo bist du aber? Oh, Herrna. Bitte, 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 lass mich nicht wieder twerken. Bitte, bitte, bitte. Ich will das immerhin bläst. Niemals. Nur so. Nein, das kann ich nicht tun. Dann lass mich lieber twerken. Oh, okay. Wenn du so meinst. Oh, du Hund. Du Arschloch. Warte mal. Hey, 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 hey. Was passiert hier? Hallo, hallo. Hast du mich gefickt? Fünf Freunde hab ich. Was machst du da? Ich twerk weiter. Okay, Bruder, okay. Lass mich twerken. Hey. Ich arbeite hier. Hey. Oh, okay, Jun. Na, oh, okay, Jun. Jawoll. Was erlaubst du? Was erlaubst du, hier zwei Wichser? What, du kleiner Wichser, wenn du das siehst? Jumpscare, nein. Jumpscare kann ich nicht normalen. Also, das ist zu viel. Das war schon krass. Du bist um Boden. Was sagst du zu den Kollegen so? Alter. Ich hab keinen Fettfinger. Oh, ich bekomme Schmerzen. Mein Gott, ich hab verkackt. Ich hab's überlebt. Ja, da geh mir aus dem Weg. Oh, wir haben. Ja, mir steht wieder. Hier. Nein. Der Fettfinger hat wieder. Ich warte in das Office. Oh, nein. Machen Sie keine schnellen Bewegungsrechte. Hey, hör mal zu, was willst du denn machen? Sie wollen sich nicht ausweisen. Ich weiß nicht, wer sie sind. Was willst du machen? Ah, na klar, tanz mit mir. Komm, Baby. Ja, genauso Tinsmann wie Bundy. Genau. Das macht jeder, der Bundy sieht. Mach mal deine Beine hoch. Fünf Sekunden, ich stehe wieder auf meinem Bein. Oder du stehst hier unten bei mir. Und komm, und komm, und komm, und geh nochmal runter. Geh nochmal runter. Fünf. Yes, Baby. Vier. Drei. Oh, nicht so tief. Zwei. Eins. Adios. Sei ehrlich, stehst du auf Männer. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Einmal ist kein Mann. In diesem Fall zählt das nicht. Du bist mein Chef, richtig? Ja, die nur zwei. Was kann ich für dich tun? Ich hatte gedacht, du stehst auch auf Männern. Ja, der eine steht drauf, der andere nicht. Das ist nicht eben sein Ding. Oh. Oh. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Oh. Homi, ich hab gesagt, ab und zu, aber dass das so schnell geht, Alter. Verdammte Scheiße. Homi, du gefällst mir, Alter. Warte mal. Hm. Das sieht gut aus. Ja. Genau so. Ja. Verdammte Scheiße. Geil. Ja, Mann. Schwing deinen Arsch. Schwing deinen Arsch. Und mach die Beine auf. Ja. Genau so, Alter. So gefällt mir. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, dass ich sowas drauf hab. Uh. Danke. Das mag ich schon. Mir gibt nicht Elena, Colleen. Was habt ihr gemacht, Lan? Ah. Was? Ah. Ey, was ist das, Lan? Elena, geh mal im Schlaf, Baby. Elena. Egal, ich steh mein Mann. Ich war das. Ich steh mein Mann. Halt drauf zu lachen, ansonsten fick ich euch. Ja, ich mach das. Ey, warum bellst du? Scheiße. Cari. Alter, die Schnauze. Ich will mich blattern. Ich will mich. Ich will mich. Ich will mich. Ey. Ja, natürlich. Ich hab einen Huhn. Einen Huhn? Ein Huhn. Können wir KFC aus dem machen? Nein, natürlich nicht. Ich bin erstmal weg, Esmeralda, ja? Echter. Ficke Karre, Mann, Alter. Homie. Ich bin nicht dein Homie. Ficke Karre, Mann. Du bist zwar nicht mein Homie, aber ich würde... Du hast sogar deine Karte verloren. Du Opfer, du Lüster. Er hat mich kurz gefickt, Mann. Ja, deine Karte ist weg, du Scheißloser. Er hat mich gefickt, Alter. Du Scheißloser. Mein Auftritt ist kaputt. Mein Auftritt ist kaputt. Mein Auftritt ist kaputt. Ich fahr Lambo während du Bus fährst, Motherfucker. Pass auf dich auf, Homeboy. Dann sprich ich nicht mit. Oh, Scheiße, schade. Hey, Ruhe. Äh, ja? Oh, der hat mich gefickt, Bruder. Der hat mich gefickt, Bruder. Lothar, Matthias. Mord, 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 Mord. Der ist sogar noch im Gambo-Modus, das war's. Wenn ihr jetzt einen Jumpscare bekommt, war's das. Kommt mal, äh... Ah, was geht? Du kannst nur klein mal weggehen, du. Warum? Na wie, warum? Warum leuchst du? Warum bist du nicht mit dem Auto unterwegs? Ich hol mir dort vorne eins. Okay, komm. Nee, nix, komm. Ich rufe... Nimm die Finger von mir. Ja, oder was? Dankeschön, du kannst jetzt gehen. So schnell geh ich nicht. Dann bleib ich hier stehen. Nein, ich packe nix aus. Dann lass uns anwarten, oder? Lass uns hinsetzen. Hast du nix zu tun? Nein? Gerade nicht so. Was machst denn du? Bist du doch... Das stand doch dort. Ach, echt? Mann. Nein, 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 nein. Wirklich nicht, wirklich nicht. Ich meine ich. Nein, du kannst... Das du kannst nicht wahr. Ich fahr nicht. Dieser wirklich nicht, dieser. Ja, natürlich nicht. Nein, wirklich. Ist das ekelhaft. Wir wohnen jetzt ein Bad. Sorry. Machst du das bitte weg? Wie? Ist da nichts Schlimmes drin zu scheißen? Ja, aber... In... Mit nen... Äh, was ist mit... Was hast du mit mir getan? Was... Oh mein... Was passiert hier? Ich brelle! Wisse, ich denke immer dann irgendwie... Das ist ein Modder oder so ein Scheiß. Dann krieg ich Angst. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Mach weiter. Verdienen Geld wenigstens dabei. Scheiße, wer macht das mit dem? Hilf mir noch mal. Saßen die vor zwei Stunden nicht auch da so? Ihr wartet, bis Leute vorbeifahren mit nem Blitze? Das ist lustig. Er wurde geblitzt jetzt gerade, oder was? Ja. Und muss dann gestraftet sein. Dem wird jetzt Geld direkt abgehoben, ohne dass die es bezahlen müssen. Hä? 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 Hey, Onkel, ich bin im Gefängnis. Ich bin auch im Gefängnis. Ich weiß nicht, hier ist noch so ein anderer. Wie heißt es dich? Ja, hier kommen immer mehr. Ich bin in drinnen, in drinnen, im Gefängnis einfach. Ich bin hier auf einmal aufgeweckt. Oh, was mach ich hier? Okay, ich bruch das kurz. Wie bin ich hierher gekommen? Dann haben wir jetzt schon anfangen oder später. Mein Bruder, Alter. Von mir aus jetzt. Ich kann nur Bescheid geben. Mama, deine Sohne sind da getan. Ich werde diesen Sippe in meinen Mund nehmen. Hey, der nächste im Klass. Ich bin, ich bin, ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Ey, Jungs, guck mal. Ich weiß es nicht. Wir können auch einfach alle rummachen zusammen. Also wirklich. Jetzt sind vor allem die Arme, Bruder. Äh, Jungs. Ich bin gone, ey. Was macht Kevin die Arme, der Grimm? Ey, Kevin, die wollen uns ficken. Wer ist dein Kling überhaupt an? Ey, Kevin ist uns da los. Ah, er holt immer noch mehr Leute. Er holt immer noch mehr Leute. Wer? Wer ist es? Wer? Wer ist Usa? Wer ist Usa? Wer ist Usa? Wo ist Usa? Wo ist Usa? In der Luft, in der Luft, irgendwo. Der Kling. Mein kleiner, verfickter Fickster. Ey, ey, ey. Ey, ey. Guck mal, wie er sich freut. Guck mal, wie er lacht über uns, du Hund, der du bist. Der lacht, der freut sich. Wir spielen jetzt ein bisschen Squid Game, Chat. Der Wichser mit der Kickenwerfer. Hallo, 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 ich war am Arbeiten. Ey, wo ist es noch tot? Bruder, die sind am Fighten, die kannst du nicht weg teleportieren, die sind in den Kriegsvertrag. Ach, die Böhm, die müssen weniger Gambo machen, Hobi, sowieso. Ich hab ne Dicke am Start, die wartet. Können wir uns alle gegenseitig fragen, und du fliegst um mich? Ich fahr mit, Jungs. Wir sind in einem Bus. Jungs, einsteigen, Klassefahrt, hau die Klassefahrt. Nein, warte, kurz zu. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, das passiert hier. Nein, das bringt's. Ah, 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 ah. Oh, Alter, du, fünf, drei, sechs. Ach, du, Foto. Deine Pruch sind heftig, Schatz, sag dir alles. Wir sind stuck, Alter, stuck. Aber du schwand wie bei Harry Potter. Du Hund, du geborene, tipp auf dich, du ekelhafter. Das war's mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr einen zweiten Teil sehen wollt, das war schon sehr, sehr crazy. Falls ihr einen zweiten Teil sehen wollt, dann lasst ein Like und lasst einen Kommentar da. Und schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes alles machen soll. Falls sehr viel positive Resonanz unter diesem Video ist, werde ich in die Kommentare gucken und mir Sachen aussuchen und das dann im nächsten Video machen. Tschüssi!